Stefan von Rebelco wieder hier. Heute stelle ich euch eine weitere Cover-Design-Ikone vor. Peter Saville. Mindestens eines seiner Platten-Cover hat fast jeder schon mal gesehen. Welches das ist? Schauen wir doch mal. Er hat die Ästhetik des Designs stark mitgeprägt. Als Hausdesigner von Factory Records und des Hacienda Clubs und als Art Director von Manchester hat er Maßstäbe gesetzt. Legendär ist sein Diskettendesign von New Orders Blue Monday Maxi. Allerdings auch deswegen legendär, weil durch das Produktdesign bei jeder verkauften Einheit Verlust gemacht wurde. Wahnsinn. Also wirklich Wahnsinn. Aber schauen wir uns doch mal einige seiner Cover an. Von Joy Division über Peter Gabriel bis Wham. Seine Designs sind legendär und haben viele Designer beeinflusst. Also mich auch zugegebenermaßen. Dabei hat er sich selbst auch gerne von anderen Designern und Künstlern inspirieren lassen. Und auch einiges sagen wir mal geremixed. Sein Einfluss auf die Alltagskultur ist nicht zu unterschätzen. Von Doc Martens mit seinen Artworks oder Joy Division Prints in der Einkaufsmeile. Seine Designs kann man eigentlich immer irgendwo entdecken. Wenn euch das Video gefallen hat, liken, teilen und abonnieren nicht vergessen. Ihr kennt das ja. Bis zum nächsten Mal. Ciao.